Hallo! Willkommen wir zu einem neuen Wettbewerb! Das muss bestrafen! Lass es zu! So, guck mal her! Äh... Ist Otto? Hallo! Er wird... Ah! Er wird heute dieses Glas aufpinken. Das ist Ketchup, 3 Eier, 1 Ei schon, 1 Und... Es klingt zwar nicht zu hart, aber ist nicht hart. Das hab ich auch schon mal gemacht. Aber... Ich hab... lange aufgehalten. Okay! Lass mich mal her! Ich mach nochmal... Meine Wettbewerb! Gehen wir mal nochmal hin. Jetzt... 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 Komm, wir gehen fällen in die Arena. Mit... Ich kann mich jetzt schlucken, genau! Nein! Wie gut! Mit... Wie gut! Wie bist Du denn hier? Wie ist denn hier? Wie viel! Wie ist denn hier? Wie ist das, das bei Ihnen? Wie ist das bei Ihnen? Ich bin da... Wie ist wirklich... Wie ich weiß! Ja! Okay? Jetzt bist du bereit? Wie ist die Bestrafung? Ja, wenn ihr das schafft, dann darf ihr die auf den Kopf gesicht knallen. Hier sind die Zutaten nochmals. Ein Eis, Milch und Schäfer. Eins, zwei, drei. Fack, wer hat es geschafft? Oh, shit. Ja, also, das habe ich jetzt echt nicht gedacht. Fack. Was war das schon so aufgelöst? Das haben wir jetzt gerade. Oh, die Kopfschmerzen. In ein paar Minuten. Okay. Ich will euch gut. Hier ist die Strafung. Das ist die Strafung. Wir sehen uns. Das ist dascenter heute Abend. Wood. 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 Das war wieder mal geil. Okay, tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Bestrafung wird sehen uns nicht, aber trotzdem. Tschüss.